Willkommen zu einer neuen Folge Dwayne Quest 11 Wir sind in Klatschmann-Doo Und sind auf dem Weg zum Irgendwas hier Disziplin, Irgendwas Ort, Haus Auf jeden Fall sollen wir Großmeisterin Peng treffen Falls ihr euch dran erinnert, das war diese Frau, die wir in der Zwischenwelt begegnet sind So, was will ich mir Was sollen wir da machen Der Mönch hat dich dazu auch gefordert mit einer Klinge zurückzukommen, die imstande ist seinen stilleren Körper zu verletzen Eine imperiale Klinge der Qualität 3 ist Nimm doch einfach das Schwert des Lichtes und schlitzt den Typen auf Es gibt doch keine Waffe, die stärker ist als das Ja, bla bla Das kennen wir auch schon Da ist diese mächtige Holztür Dahinter müsste sie ja sein Sag ich doch, da ist sie In der Ruhe Lama Welcome Prince of Dundrasil To Anguilar I am Pang Grandmaster of the Temple We humbly swear Remember, the sons of the Drasillian royal family have been sent here to be Educated for six years of their youth As the crown prince of Dundrasil My dear Robert It has been rather a long time, hasn't it? I must admit I had thought we would only meet again in the next world Hmm Speaking of which You look like you've seen a ghost Though I must admit I have a similar feeling It's as if we've met before somewhere Strange Ah But I'm getting ahead of myself I would so like to have a nice, long chat with my lovely new disciple But there are Even from half a world away I can feel the evil aura emanating from the dark star It is a body of unfathomable wickedness You mean to destroy it, don't you? Well It just so happens that there's a special training regime here at the temple That should prepare you to do just that We call it The Wheel of Harmer I will summon forth a constant cycle of fiendish foes That will push your powers to the very limit Many have attempted to conquer the wheel But though the trial has existed for a millennium or more None have succeeded If you're feeling brave Speak with the High Llama Hmm Grand Master I have spent years practicing everything you taught me Focus Discipline Abstinence Let me show you what I can do Hmm Very Spritely I'd like to see how you come along, Rab You certainly seem a lot more focused than when we last met Oh, I'm focused, all right Come on, you young whippersnappers What are we waiting for? I have a thing or two to show you Okay... That's not that one iane Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Komm hier, Robert. Wir haben ein Rekord, um zu brechen. Okay. Warum steht der denn da? Oh, ich wollte doch nicht speichern, aber okay, wir werden schon dabei sein. Dann können wir auch mal speichern. Ich nehme alles zurück. Wo ist der denn hier, dieser Lama? Ach, ist er das da unten? Das ist der mit dem Schwert. Hier ist er doch. Das ist der mit dem Schwert. Das ist der mit dem Schwert. Das ist der mit dem Schwert. Da ist er. Das ist der mit dem Schwert. Das ist der mit dem Schwert. Da ist er. Da ist er. Okay. Ich habe keinen Plan. Natürliche Drache. Okay, den können wir ja... Okay. Okay, in Achtung zu. Wenn ich das vorher machen soll. Hm. Wo ist denn das, was er da macht? Okay, da kann er auch nur einzelne. Oh, das war auch. Das war's für heute. Da wäre der Lichtbringer besser gewesen. Oder Jade wäre da auch besser gewesen. Okay, dann stellen wir sie doch mal hier unten rein. Aber er hatte nicht irgendeine... ...gegnis der Hendrik auf den Drachen und bei dem anderen... Also nie, wenn man nicht weiß, was einen erwartet... ...kennend was. Das war's für heute. Drei auf jeden Fall viel mehr. Komm, das machen wir noch mal. Dort packen wir Dings hin und dort hin. Warte mal, Alter, Alter. Okay, die sind dann aber vollkommen geheilt, das ist in Ordnung. So, das sollte eigentlich jetzt sein, aber er hat irgendwie auch Drachen Dings. Aber er kann es nicht machen, weil er kein Dings hat. Okay, dann. Das ab. Jetzt wurde er hier sogar noch schneller besichert. Und nochmal drauf, Alter. So, da fangen jetzt genau fünf. So, die Robe der Weisende ist Fahrdorf. Was für... Veronica, oder? Bam. Aber das ändert leider nicht das Aussehen, deswegen bleiben wir dabei. Ja. So. So, gucken wir uns mal die zweite Prüfung an. Okay. So. Heu, kann sich denn eigentlich Was nicht? Okay. So. 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 Vielleicht so? Gucken wir einfach mal. Es wird schon mal ein paar weggeballert. So, das waren zwei. So, das war's. 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 Oh Victory 11 Aktion, das kann doch nicht sein. Okay, die Femme Fatale, Automatattacke, Laternenfest und die dunklen Zerstörer, das ist Plural. Weil da immer einer dabei ist, der mehrere angreifen kann. Stahlsirene heißt die, okay. Und nochmal. Und jetzt drei. Und jetzt drei. 15 haben wir. Die sind niedlich. Die sind niedlich. Die sind niedlich. Ah, weil das alles verschiedene sind, kann man nur einen davon immer angreifen. Jaaahhhhhh! Oh Oh, Mensch. Bruder. Was this knuck? Don't say I didn't want you! Und nochmal Kaboom. And stay down. Gucken wir uns mal den Start nochmal an. Der Senktin macht auch ganz schön. Was ist denn diese Aua-Lutsche? Wer kann ihn denn bitte dann führen? Ach, sieh. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Kündnisregel von der Dota-Lust-Autlast-Autlast-Autlast-Autlast-Autlast-Autlast-Autlast.